auf zu einer neuen runde vorne gleich der hinweis diesmal wird es richtig gut habe ich ja ich auch ich glaube wir können sogar zwischendurch ein picknick machen aber ein ganz schönes mit einer riesen riesen decke und ganz viel erdbeeren und so da haben wir schon mal links wird schon geballert oder ist wieder einer zum bessern wird bei mir erst mal nachladen ich drücke schon mal hier und ist das von durch dich das kann sein ja ich habe dir mal munition markiert obwohl die hunde sind ja hinten rechts ich weiß nicht ach wir sind die hunde das gut und dann wir das glaube ich muss munition eingesammelt ja wir machen aber auch mal ein alarm so ist denn das nächste woher lang geradeaus ja weil die zombies bringen echt viele erfahrungspunkte gar nicht schlecht und das stimmt aber rechts wird schon wieder extrem geballert hier gibt es auch eine munition falls du brauchst oh ja wenn du brauchst sind wir einfach vorbeigelaufen ist so ein richtiger nachrüstkram und hier links gibt es ja noch so ein kasten ich kann nichts mehr tragen meine munition ist auch voll gesundheit auch genau das ganz oft so ich weiß noch bei einem letzten game was also ein paar games davor hatte ich doch gar keine munition mehr zum schluss also jedenfalls für das gewehr das war echt ein bisschen für den arsch aber da sind hunde so das waren hunde auf zwei beinen ja die sind da links und wo gewesen aber egal wir sind um die rum ne warte mal die kommen gerade ja stimmt hier sind sie ja ach du scheiße nur eine habe ich platt gemacht so die haben sich alle hingelegt hast du die mit feuer zum schlafen gebracht ja ich habe sie warm gemacht das ist im winter immer ganz gut ja ich habe gar nicht gedacht dass sie so schnell sich umhauen lassen mit so einem molotow cocktail quer durch den wald ich glaube wir haben es schon gefunden oder das wäre ja super ich habe nicht verguckt ok aber geradeaus müsste dann hier irgendwie ah da hinten ist es da müsste der hinweis sein ja ja ich glaube unsere gegner auch hm 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 ja hinweis aufgedeckt ja irgendwo ist eine saatmutter aber da oben glaube ich weil die hat uns nicht gesehen noch nicht kommt noch halt der iso arm röne Ah, gestern war noch geil Ähm, als ich Oh Als ich die Okay, ich konzentriere mich Als ich die Single-Runde gestern gespielt habe Bei Skype ist es ja so Wenn wir skypen und das Spiel läuft Dann, ähm, wird ja die Lautstärke ein bisschen reduziert Aber wenn ich dann spiele, habe ich die volle Lautstärke Und, äh, Alter, das war gestern gescheppert Und gerumst Da kam ich gar nicht mehr klar Oh, wir haben die gefunden Ja, da sind auch Gegner schon Ich presche schon mal vor Kann auf jeden Fall auch mega flink laufen Ja, meine Oh, ich sehe ihn, da Oh, okay Die Zombies rennen da Ja, da ist er Er ist auf jeden Fall drin Er schießt auch, hörst du das, ja Jo Ich bleib mal hier ein bisschen draus Alt, hast du das? Ja, ich hab mal ein Fass eingemacht In der Hoffnung, dass er mal rausläuft Ein bisschen Panikgerät Ich glaube, der bekämpft da drin wirklich schon irgendwie den Schlechter oder so Wäre natürlich schön Wenn die Ah, warte mal, hier ist ja ein Hinweis Ich, ich, den, den löse ich hier nochmal In der Hoffnung, dass er mir jetzt nicht in den Arsch schießt Dann renne ich wieder weg Sehr gut Ja Den haben wir nochmal mitgenommen Das sind nochmal 50 Thaler So, wo ist er denn, der Typ? Der ist drinnen langgelaufen, ne? Ja Ich komme mal zu dir Scheiße, da ist ja eine Tür, aber Mach mal, ich versuch mal Versuch mal was Ich glaube, die bekämpfen den, kann das sein? Hm, das Gefühl hatte ich auch Ja, die bekämpfen den da drin Oh, äh, der hatte eben dann bekommen von dem Das wäre schön, wenn die hier oben am Fenster kommen würden Ah, du bist schon drin, ja? Ich kann es Ich bin drin Nein, du bist noch nicht drin Ja, ob ich noch nicht ganz Also ich muss jetzt hier gleich Genau Da musst du durch, genau Die alte hat auf jeden Fall den Fächer Ich kann schnell schießen, das ist gut Au Ach, scheiße Blöde Schwarmmutter, ey Oh, jetzt bin ich wieder runtergefallen Scheiße Man Könnte auch kotzen Oh, und dann hat mich noch ein Zombie angefallen hier Hier müssen wir mal eine Spritze setzen Oh, Sparmama ist weg Ist ja drin die Spinne, kann das sein? Nein Nein Jemand kommt Für die Spinne Wahrscheinlich eine Mischung Das ist Spinne und alles in einem irgendwie So, warte mal Ich zünd das Team nochmal an Sind da jetzt nochmal Gegner drin, oder? Ich bin mir nicht sicher Oh, da hinten Von links kommen welche Die haben den Feuerteufel angeschossen Oh Aber ich weiß nicht von wo Warte mal, ich gucke mal durchs Fernrohr Halte das Fernrohr ist aber echt klasse Der ist gerade explodiert, den haben sie definitiv angeschossen Aber ich sehe keine Autos Fernrohr nicht Okay, aber sie haben ihn ja auch platt gemacht Ist der umgefallen? Ja, ich bin der Mann und der ist umgefallen Scheiße von gut Ah, ich wurde erschossen Die Schweine Nicht von wo Nö, das war Ach, schuss Hast du Dann haben die haben auch einen Schaden vor Knarre Ich bin der Mann, das heißt Und Da man muss mit allem rechner dass sie könnten überall sein ja jetzt sind sie rein scheiße auch von mir sehe ich dich gut falls sie dich blunder noch einer ist rein shit 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 ja es ist doch besser aber man weiß echt nicht wie man sich verhalten soll und ich will keine geräusche machen ich habe auch vorhin eine gemessert links waren auch ein zombie oder jetzt war da ein stück rechts irgendwie im augenwinkel hat sich irgendwas bewegt das wäre sogar geil wenn du meinen charakter wieder blieb könntest du auch so teuer ich kann versuchen ich gucke mal hier und ich nehme an dass sie dich schon im visier haben ja ich kann es aber probieren färtchen ja das war ich das auch du scheiße es wurde hier eine falle hingelegt die schweine ich wurde wieder erschossen das ist ja nett ja hast du recht gehabt die haben mich irgendwie ah da oben ist einer da genau die richtung ja du hast ihn erledigt der Huren das ist aber nur einer es sind bestimmt mehrere ich hoffe ich muss mich vergessen ah ja so ich setze mir gleich mal eine spritze ich komme mir vor wie so ein schwerverletzter weißt du aber gerade ich versuche mal das Vieh hier weiter zu bearbeiten okay der hat jetzt so viel Heckenschützerwaffen hat er okay kommt er hoch ja ah ah super oh und wer schießt auf mich ich war das ich war das ich habe gerade auf den komischen Typen der die ganze Zeit brennt durch die Gegend läuft jetzt hat er sich gelöscht so jetzt muss ich mich mal verbinden dann muss ich mir eine Spritze setzen meine letzte oh nein der hat es mir aber wieder richtig gegeben aber ich habe noch Verbandzeug ah ne warte mal hier ist ja auch noch Gesundheit ich habe fünfmal geschossen auf den oh er kommt wieder an oh ich sehe nichts Alter du bist hier so noch mal nachladen hier ist auch noch Munition falls du brauchst so los komm her hier jetzt kriegst du oh was war das denn Blutung stoppen bin ich in der Falle getreten ich weiß nicht ich verbanne ihn gleich mal krass so jetzt mal schnell nachladen hier hier ist auch noch Gesundheit falls du brauchst ne ne brauche ich dazu nicht aber danke oh du hast du draußen geschossen was das gehört mh hurra mir ist auch ähm erstmal aufgefallen bei der Waffe wenn du so schnell schießt mit der Pistole er verzieht natürlich auch unheimlich ne ja das stimmt das ist scheiße da gibt es unten Eingänge wo die rein können ah hier zum Beispiel hier mache ich noch eine Falle hin schade man müsste echt die bis gut aufnehmen können um es hinterher verscherbeln zu können ja hier ist auch noch Munition hier ist auch noch eine Falle falls du brauchst ähm ja kann ich nicht nur so an den Türen hier unten sind jetzt fallen da sollten wir definitiv nicht rausgehen nicht guck mal oben hier ist auch noch Munition ich bleib mal hier oben ne mh Position ich gehe mal weg gehe lieber da hin ich hatte auch schon geilere Positionen wenn ich überlege wenn ich früher so äh mal auf so eine Kiste gehockt habe und gewartet haben dann kam einer an und dann bam 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 das war ganz cool ich werde mich aber mal jetzt ein bisschen leiser bewegen leiser minelli oh hier ist noch eine Stelle aber da kann glaube ich keiner rein eine Tür ist von unten blockiert ich habe gerade so ein bisschen auf ein Fenster geguckt und da hat einer geschossen dann solltest du auch was wir haben nur noch 90 also noch 8% und dann können wir los mh und dann können wir sie auch sehen das wäre auch schade wenn das jetzt nicht klappen würde ja sie sind draußen und zwar vor uns unten ok hier aus immer hier hinten raus ja lass uns hier hinten komm mit jetzt müssen wir aber schnell rennen ja verbunden hast du dich ne du hast gerade geblutet ach so wir müssen auch gucken wo ach so ist ja geradeaus schon oh das ist ja super die Kutsche ist nah ah nee so ein Boot ein Schiff ein Bötchen oh die Extraktion das ist ja wieder sie sind noch hinten ok das ist gut geschaffen jo das ist ja gut geradeaus geht es richtig Thaler das oh 6 5 4 3 2 1 jawoll wir haben es geschafft hat es überhaupt eine Trophäe aufgenommen ja 5 6 6 8 9 9 9 9 10 10 10